Für die 17. Staffel von Der Bergdoktor stehen die Darsteller seit dem 24. April wieder vor der Kamera. Auf Instagram verrät Hauptdarsteller Hans Siegel durch einen Repost bereits den ersten Gastauftritt. So wird Schauspielerin Ona Devi Liebig eine Episodenrolle übernehmen. Mein erster Helikopterflug, ich war wahnsinnig aufgeregt und nervös, schreibt Ona zu ihrem Instagram-Post. Doch damit nicht genug. Auch weitere Darsteller für die neue Staffel von Der Bergdoktor sind bereits verraten worden. So dürfen sich die Zuschauer über die Kinderdarstellerin Lotta Herzog freuen, die die Rolle der Emmy Neumann verkörpern wird. Neben den neuen Darstellern dürfen sich Der Bergdoktor-Fans natürlich auch über bekannte Gesichter des Casts freuen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017